Dieses Expertenangebot der Woche ist ein unterhaltsames Spitzenprodukt, das in jedes Wohnzimmer gehört. Der Smart TV von Samsung ist mit seiner 60 Zoll, das heißt 152 cm Bildschirmdiagonale und Full HD Auflösung, perfekt zum Filmeschauen, zocken mit der Konsole oder surfen im Internet mit dem verbesserten Webbrowser. Mit dem neuen intuitiven Smart Hub bekommt ihr einen super schnellen und einfachen Zugang zu TV, Web und zahlreichen Apps. Da das Gerät über das neue Tizen Betriebssystem betrieben wird, die erste Open Source Plattform bei Fernsehern, erwartet euch eine endlose Auswahl an Unterhaltungsinhalten. Der Samsung Smart TV bietet euch ein wirklich tolles Entertainment. Ihr könnt euer Smartphone mit dem Fernseher synchronisieren und er bietet euch dann die Möglichkeit, zum Beispiel eure Termine oder das Wetter einzusehen. Eure YouTube-Videos könnt ihr zum Beispiel auf eurem Smartphone starten und dann auf dem Fernseher weiterschauen. Spielen macht auf diesem Samsung Smart TV jetzt noch mehr Spaß als je zuvor, denn neben dem großen Bildschirm habt ihr auch eine riesen Auswahl an Spielen. Selbstverständlich könnt ihr euer Fernsehbild via Triple Tuner über Kabel, Satellit oder DVB-T empfangen und mit 4 HDMI und 3 USB-Anschlüssen alle eure externen Geräte anschließen. Dieses Expertenangebot der Woche erhaltet ihr für nur 999 Euro in allen Expert-Fachmärkten oder online unter www.expert.de. Eure YouTube-Anschlüssen